Hallo, in meinem nächsten Video. Heute wollte ich euch zeigen, da ja heute Kindstag ist, wenn man sowas tolles bastelt. Das ist ein Hut, einmal in A3 und einmal in A4. Für kleinere in A4 oder für größere gibt es auch in A3. Wie ihr wollt, kann man schön gestalten, wie ich hier habe. Kreise drauf gemalt, wie Konfetti oder Luftballons drauf gemalt. Das Fantasie-Reinlauf könnt ihr euch selber entscheiden, was ihr gerne drauf haben wollt. Aber echt eine tolle Idee. So, dann werde ich euch jetzt mal zeigen, wie das geht. Ich habe hier ein A3. So, das falte ich einmal in der Mitte. Und deshalb falte ich es nochmal in der Mitte. So, hier ist die offene Kante und hier ist die Zuhre. Jetzt macht die Zuhre nach oben, zu mir, zu euch und die offene nach unten. Und dann machen wir wie so Dreiecke. So, und hier auch. So, und jetzt hier unten, wie ihr auch öffnen könntest, falten wir jetzt einfach mal um. Das geht eigentlich ganz einfach. So. Und dann drehen wir das so um. Und dann machen wir das gleiche auf der anderen Seite. Wenn das Maß schon passt. So, und wenn ihr das so habt, nehmen wir die Kante, knippt einfach mal ein. Und hier so rum. Und das knippt da also ein. So, und das war's dann schon. Schon habt ihr einen halt. Könnt ihr aufsetzen. Wer mag, kann das gerne noch festkleben hier, die Ecken. Man muss nicht, man kann es da so lassen. Und so als Hut nehmen. Wie man möchte. Wie gesagt, einfach, wenn die Kante hat. So, einfach hier reinknicken. So, und hier bei den genauso. Einfach hoch, rum und hier rein. Und dann hier klein einfach festkleben. So, hier ein bisschen Kleber dran. Und kleben, dann hält das besser. Aber man muss es auch nicht. Nur weil man möchte. Geht auch ganz ohne Kleber. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.